Servus miteinander aus der schönen Oberpfalz. Ich bin heute wieder im Naturpark Kirschwald unterwegs und schauen wir mal ein neues Stück an. Mal gucken, was es zu entdecken gibt. Ich nehme euch natürlich wieder mit. Bis gleich. Warum gäbe es? Schaut aus wie ihr Hintern. Schaut ja, cool aus. Schaut aus. Schaut aus. Schaut uns mal die schönen Bäume an. Weihnachten. 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 Schaut aus. Also das sind Strubelköpfe. Den habe ich bei uns da noch nie gesehen. Und die sind richtig schön. und da ist ein ganzer Hexenring da ist noch einer und da und da kommt noch ein kleiner und da ja, eferig das gefreut mich halt so ein bisschen die Sau und da und dann gehen wir rum um die Kurve und da also das hat mir das habt ihr bei uns da noch nie gesehen und da das ist voll cool also jetzt habe ich ja was ganz tolles gesehen was ganz, ganz tolles und so malerisch scherzt euch mal die so wunderschön es ist so ein schönes Motiv herrlich also ich bin da auf so einem so eine Gemüseanpflanzung von einem Bauern und da wächst was das habe ich noch nie gesehen was ist denn das? das schaut ja voll cool aus also wer das kennt schreibt es mir bitte in die Kommentare weil das ist ja der Oberhammer schaut es mir das an so wie groß das ist voll cool kenne ich nicht also da ist Salat, Kohl und Zwiebeln und alles mögliche erbaut aber das kenne ich nicht schreibt es mir doch bitte rein wenn ihr das kennt so meine Lieben das war es bis zum nächsten Mal wir zeigen bis zum nächsten Mal